Deutsch hat Verbindungen, aber nicht Verbindungen, sondern die besten Verbindungen. Heutiger Tag ist ein kleines Beispiel dafür. Also was auf dem Bildschirm steht, das ist unser herzlicher, herzlich willkommen in unserer Schule. Und unser Abend mit viel Musik, mit vielen Menschen und schön und vielfältig und rund wie ein Regenbogen. Unsere Gruppe ist Regenbogen. Ich mag sehr Regenbogen. Unsere Gruppe ist Poyce. Poyce, Poyce. Wir bleiben dieser Geschichte treu. Wir beginnen mit den Paul-Roger-Hymnen, dann werden die Gäste ausgesprochen. Wir werden die Gäste ausgesprochen.